Die Kleinen dribbeln, zocken und toben barfuß auf dem Fußballplatz mittendrin in Südafrika, Sebastian Stahl. Auf Einladung der Young Bafana Soccer Academy bringt der Lehrer und ehemalige Jugendtrainer des FSV Frankfurt seine Philosophie nach Kapstadt. Ein Trip, der geprägt hat ihn und die Kids. Die Kinder da vor Ort haben generell eine unglaubliche Lebensfreude, Herzlichkeit und ganz, ganz viel Offenheit auch, meine Art und Weise anzunehmen und dann auch zu versuchen, Dinge umzusetzen, die ich versucht habe zu vermitteln. In Kapstadt ist eine Sache genauso wie im Rest der Welt, die Jubelposen. Und die müssen dem deutschen Trainer sofort gezeigt werden. Cristiano Ronaldo, Mbappé und Usain Bolt haben die Kids schon voll drauf. Viele kommen aus ärmlichen Verhältnissen. Sie trainieren und lernen in der Academy, bekommen hier auch ihre einzige Mahlzeit am Tag. Ein Spieler, der jetzt die nächsten Tage seinen 18. Geburtstag feiert, hat jetzt ein Stipendium an der Uni bekommen. Und dieser Erfolg ist größer zu bewerten als jeglicher Spieler, der vielleicht mal in der ersten afrikanischen Liga landet. Sebastian Stahl bringt sich ein, ohne zu protzen. Ich habe da auch im Vorhinein versucht, durch ganz viel Empathie und Offenheit einfach zu wirken, dass es einen beidseitigen Lerneffekt haben sollte und dass ich da nicht hinkomme und sage, ich zeige euch jetzt, wie es geht. Der nächste Trip nach Südafrika ist bereits in Planung. Frankfurter Fußball-Know-how kommt an in Kapstadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017